hallo und herzlich willkommen zum podcast smile for your life einfacher einfacher leben dem podcast rund ums glücklich sein glücklich leben und glücklich werden hallo und herzlich willkommen zur trailer folge von smile for your life einfacher einfacher leben mein name ist marco ich bin verheiratet familienvater und glücklich und ich betreibe diesen podcast den du jetzt gerade hörst und den blog smile for your life.de hier behandle ich alle themen die darum gehen glücklich zu sein und glücklich zu leben und das ganze ohne palm flügen klangschalen und räucherstäbchen was wird ich hier erwarten ich erwarte hier jeden montag eine neue folge rund ums thema glücklich sein und vor allem auch ums glücklich leben denn ich persönlich glaube dass glücklich sein keine glückssache ist denn wie schon mark aurel der alte römer gesagt hat das glück hängt von der beschaffenheit deiner gedanken hat genauso sehe ich das auch ich glaube die dinge die wir denken den ganzen tag lang immer wieder zu uns selber sagen dafür sorgen dass wir naja überleg mal selber ist das was du tust macht dich das glücklich oder halt ein bisschen weniger vorab möchte ich dir ein bisschen was zu mir erzählen wo komme ich her was ist mein background ursprünglich und immer noch komme ich aus dem gesundheitswesen und und zwar ganz speziell aus der krankenpflege mich hat schon immer irgendwie interessiert wie menschen ticken wie menschen funktionieren und vor allem wie ich selber ticke warum und wieso ich eigentlich immer wieder in dieselben themen reinlaufe probleme habe das gefühl habe irgendwie das ganze leben ist ein zufahrtsgenerator und dadurch bin ich vor über zehn jahren mal auf das thema nlp also neurolinguistisches programmieren gekommen ein fürchterlicher name also eigenname und habe dafür eine bewusstheit für meine sprache und dessen wirkung auf mich und andere herausfinden können oder wie sagt man dann lernen dürfen und was natürlich mein beruf zwischenmenschlich mit menschen der viel mit menschen zu tun hat sehr sehr gut nutzen konnte zwischenzeitlich war ich halt irgendwie auch mal acht jahre bei der marine also ich war irgendwie soldat und wer soldat war die ganze zeit lang weiß man hat danach so ein gewissen topf voll geld den man sich halt nicht auch auszahlen lassen kann sondern den man für weiterbildung nutzen kann das habe ich gemacht ein jahr lang und habe diesen topf genutzt um unzählige seminare zur thema persönlichkeitsentwicklung und co zu besuchen seit 2008 beschäftige ich mich intensiv in diesem thema glücklich und glücklich sein und die reise hat natürlich immer angefangen wie bei den meisten mit the secret ein film über bestellung beim universum und ganz ehrlich ich habe die nach zehn minuten wieder ausgemacht weil ich dachte das ist alles blödsinn das war mir alles da war mir zu viel panflöten und klangschalen das kann doch nicht alles wahr sein aber irgendwann kann dieses thema wieder vorbei und jemand hat mir das anders erklärt und die kombination aus die gedanken die ich habe die glaubenssätze die ich besitze die worte die ich jeden tag denke wie die einfluss auf mein leben haben und ich muss euch sagen mein leben ist mittlerweile richtig grandios und es ist nicht so dass ich an etwas denke und es ist sofort da ich bin da auch noch in der übung aber mein leben ist heutzutage tausend prozent mal besser glücklicher als noch zuvor und ich freue mich wenn du mich auf dieser kleinen reise begleiten magst und vielleicht kann ich dir dabei auch ein bisschen helfen ein bisschen glücklicher zu werden sofern das ein ziel ist von wem ist das eigentlich nicht und ich möchte sehr gerne mit dir in verbindung treten und das kannst du sehr gerne tun indem du meinen blog besuchst meine webseite smile for your life.de auf instagram oder facebook auch unter smile for your life und natürlich auch sehr 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 gerne schreibt mir einfach unter podcast at smile for your life.de ich freue mich über den herzlichen und wertschätzenden austausch mit dir und falls dir das gefällt was du hier hörst und du noch ein paar folgen gehört hast dann bitte teile es auch mit anderen vor allem auch mit den plattformen gibt mir sternchen oder daumen nach oben oder wie immer auch die bewertungsskala bei spotify apple google und co sein mag denn nur so kann ich besser gefunden werden nur so kann ich mit anderen noch in kontakt treten und vielleicht dem ein oder anderen auch bei seiner reise behüblich sein also in diesem sinne smile for life dein marco vielen vielen dank dass du dir diese folge angehört hast und falls dir diese folge und natürlich auch dieser podcast gefällt und du anderen dabei helfen möchtest dass er auch schneller gefunden wird dann kannst du das tun indem du es natürlich an die leute direkt teilst oder auf spotify apple und google gehst oder die plattform die du gerade hörst mir eine bewertung und ein daumen nach oben ständchen da ansonsten freue ich mich wenn wir uns connecten und du mir vielleicht schreibst unter podcast smile for life.de oder besuche mich auf meiner webseite oder auf instagram oder facebook